Moin Youtube, ich bin euer Shane54 von SIS Survival Guys TV und ich habe schon mal einen Airdrop gerufen und heute habe ich einfach gedacht, wir rufen mal noch einen, machen dann ein Video und ein Giveaway draus, also ein paar Scans, die ich jetzt nicht brauche oder so, hau ich als Giveaway raus oder eben zum Verkauf, wir schauen mal, wir rufen uns das Ding jetzt hier einfach und schauen was rauskommt, ich bin sehr sehr gespannt Moin angerufen bei den Jungs, da kommen sie auch schon geflogen Ja da bin ich schon mal gespannt Jungs Das Problem ist, das Teil brauchen müssen Da ist er Game gecrashed Awesome So Jungs, da sind wir wieder, Game ist gecrashed, Zombies waren auf einmal hier Der Airdrop kommt immer näher Haben wir doch gut Zeit überbrückt jetzt, also besser geht es ja gar nicht Schmeißen wir in die Karre, das könnte jetzt laut werden beim Aufprall Da geht mir Lars aufgrund, da ist auch eine Jedi-Box, Chrome-Box Ich wollte gerade sagen, die TNK-Umbit Infinity, MLG-Horn, Black Knight, Jedi, Black Knight Das war's Ja dann, ähm, machen wir direkt auf, oder? Weil sonst, äh, wäre das ja langweilig Ach, Zombies, halt, haut ab! Moment Moment So Black Knight L85, Black Knight Infinity Oh, Hatchet Infinity Nailgun Die hab ich schon übrigens Chrome-Box K-Style-Chrome, okay Nicht schlecht, könnte mal gut loswerden Und die Jedi-Box Pfff Auf geht's Ach Light Swords Ja, ein Cross wäre nice gewesen Und ein MLG-Horn gab's noch dazu Ähm Hätte Karre am Bild zeigen können Ähm Die Ausbeute ist jetzt nicht so... Na... Hatte ich schon bessere Ganz ehrlich Ähm Zombies Auf jeden Fall Stopp Just die So Ähm Ja Jungs Ich werde... Was hau ich denn raus? Komm wir machen das Light Swords Red Light Swords Red giveaway in diesem Video Ähm Was ihr damit machen müsst Oder beziehungsweise was ihr dafür machen müsst Ist äh In den Kommentaren schreiben Warum gerade ihr dieses Light Swords Red gewinnen wollt Und ähm Natürlich ein Abo hier lassen Dieses Video liken Und äh Ja, das war's auch schon Ganz einfach Easy Simpel Und Wir sehen uns ansonsten im Livestream Der Link ist auch in der Videobeschreibung Da könnt ihr natürlich auch vorbeischauen Da werden wir auch öfters mal Giveaways machen Ähm Vielleicht auch schon bald Die Black Knight, äh Nailgun Und die Black Knight L85 Das Hatchet und den Chrome Skin Den äh Werde ich wohl verkaufen Gut Wir sehen uns Vielen Dank fürs Einschalten Euer Shane54 Von ThisSurvivalgeistTV Nehmt teil Und gewinnt Light Swords Red Viel Glück